dann wirst du jetzt den rhythmus finden müssen beim tanz mit dem killer muss so was muss ich machen genau hier raus wir sind zu dritt an einem ich sehe ihn es ist ohne eines ist boba ihr rennt weg ich war neben euch an jane und er kann zu mir kommt so in meine richtung verpieselt sich geht wieder zurück zu euch das hauptgebäude geht er nicht sondern da wo er euch verscheucht hat heute heute ist der tag wo wir bobo siegen so wir sind gleich fertig mit dem gen guck mal von dem punkt aus wo wir jetzt sind ja schade ich wollte ja sabotieren aber okay er steht genau davor okay er glotzt können nichts machen bleibt genau davor stehen gens machen jetzt ja bleibt genau davor stehen einfach durchballern wenn er einen kriegt sie darf nicht versuchen sich zu retten die muss mit uns muss für uns auf zeit spielen auch wenn wir jetzt schnell rauskommen das war einfach mal aus solchen parts lernen wir werden nicht schnell rauskommen weil sie wird sterben bevor wir jetzt machen schon wahrscheinlich geschafft haben weiß ich nicht das weiß ich nicht guck mal ein fluchtversuch könnte sie jetzt machen genau und die drüben macht auch in jane so sie ist in der haken phase zieht ja trotzdem dann ab aber da hätte sie vielleicht die chance noch mal gehabt so weißt du wo ein guter gen hier noch ist in der nähe er wird daneben drückt ok warte ich muss mal ein power ding rein ich habe ihn gar nicht gesehen wo er ist hier erst jetzt da wo der gen war ja er guckt ja noch ich hab wir sind am gen weiterhin ja lohnt sich sein zu ballern er ist gegenüber er wird herkommen aber wir haben die killer hütte hier wäre ganz schlechter killer ist ein absolut mit der louis sehr gut und jetzt auf die andere seite dann haben wir es ah hier in der killer hütte ja der ist auch ein gen na dann los wir sind zu zweit dran warum auch ich würde durchs fenster gehen wenn er kommt was ist los er kommt er ist aber hinter ihr her wenn sie reinkommt sie tanzt damit herum sehr gut sie macht sehr gut ich durchs fenster ich durch palette sie hatte eigentlich eine ganz gute voraussetzung zu gewinnen sie hat die palette und sie hat da viele fenster ich habe das gefühl er kommt ich verkrümel mich er ist hinter mir her ok wenn du weg rennst mach ich n gen mach ich können wir wieder rein ja gut sind wieder dran bin in der haupt ich bin in der haupt dabbeltime action hast du adrenalin oder sowas nope ich bin leider direkt am rechten ich mach den linken ausgang ne da ist er ja da bin ich ja kommt er bleibt er bei dir stehen ja natürlich das ist halt das ist halt so typisch ey dass diese scheiß bobbas damit zwei kills kriegen ne ok warte mal ich versuche einfach mal mich zu befreien weil äh du machst noch auf du schon am ok haut ab so ich versuch's nein doch ich hab einmal warte 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 cool nein nein bitte lass es wo steht er denn bei dir direkt vor mir lass es geh weg okay du sollst noch entkommen als jeff ach ganz und jetzt musst du tanken kann ich ja nicht hau ab hau ab ok ich dachte er verfolgt ihn wenigstens oh jetzt kriegt der halt nochmal ja kommt dir der her kommt dir der her versteck dich und oder hau ab warte lass mich noch zwei versuchen yes ich bin runter ich bin runter hau ab äh komm zu dir haha nein er hat blutwächter wir können nicht entkommen wir können nicht entkommen wir können nicht entkommen wie lange geht ein blutwächter keine ahnung wie auf den wie viel er aufgehängt hat immer noch es ist immer noch schatz wo ist er denn ok ist es noch ja ganz am anderen ausgang ja weiß aber nicht wo der ist da genau da geradeaus jetzt ist blutwächter weg ich dachte du redest von mir ja ach so wie ich red von dir rechts ne jetzt komm wir schaffen hahaha du Lappen Johnny du alter Lappen hast du uns nicht mal erwischt mit deiner absoluten Lurchtaktik schatz alter so ein Lappen Johnny was hätte ich für ein Glück bitte dass ich da runterspringen konnte ohne Witz oh mir geht die Pumpe oh ich hätte deinen Gegenstand noch nehmen sollen dazu wir hätten noch noch Zeit gehabt und ich krieg null Punkte für so ne Aktion alter das war ja wohl majeströs was hier passiert ist das war ziemlich geil wir hatten dasmal das war sogar gut wir haben das neue